Ja, hallo und servus! Heute geht es um das Thema Löten. Das ist ja eigentlich ein riesiges Thema. In diesem Video versuche ich euch aber die Grundlagen des Weichlötens in der Elektronik näher zu bringen. Das heißt, Löten, Entlöten und Dinge, die ihr überhaupt vermeiden solltet. So, als erstes zu den Geräten und Materialien, die beim Löten notwendig sind oder hilfreich sind. Als allererstes natürlich ein Lötkolben selber. Da könnt ihr euch einen Netzlötkolben nehmen oder so eine Lötstation, die geregelt ist, wo man die Temperatur hier regeln kann. Das ist für den kleinen Privatgebraucher natürlich das Beste. Oder zum Beispiel hier so ein Batterielötkolben, der auf zwei AA-Batterien läuft, der in 15 Sekunden schon betriebsbereit ist. Da könnt ihr einzelne Lötstellen schnell löten. Die Leistung ist natürlich niedriger als bei herkömmlichen Netzgeräten oder Lötstationen, aber dafür ist sie auch schnell einsatzbereit. Als nächstes braucht ihr natürlich Lötzinn, um das Ganze zu verlöten. Hier ein bleihaltiges Lot. Da könnt ihr auch ein Bleifreis nehmen, aber meiner Meinung nach verfließen die bleihaltigen ein wenig besser. Dann optional könnt ihr euch ein Flussmittel nehmen, da hier Cholifonium von Stanol in Harzform. Im Normalfall ist aber im Lötzinn schon Flussmittel verarbeitet, also in den Adern. Also da braucht ihr nicht unbedingt extra eins kaufen. Hier noch in aufgelöster Form in Isopropanolalkohol. Und hier ein Beispiel von Lötzinn, welches natürlich nicht für die Elektronik gedacht ist. Zum Entlöten benötigt ihr entweder so eine Lötsaugpumpe. Die spannt ihr einfach nur auf und das Vakuum saugt das flüssige Lötzinn ab. Das ist keine große Hexerei. Da drinnen befindet sich einfach eine Feder, die gespannt wird. Und eben dieser Kolben, der das Vakuum erzeugt. Falls ihr mit der Pumpe nicht hinkommt oder anders das Lötzinn wegsaugen wollt, dann gibt es so eine Entlötlitze, die eben mit Flussmitteln benetzt ist. Und durch die Kapillarkräfte, durch dieses Gewebe, durch dieses Kupfergewebe, saugt man eben das heiße Lötzinn dann weg. Was auch sehr hilfreich sein kann, besonders wenn man oxidierte Stellen hat oder Platinen mit Lötlack oder die anders geschützt sind, kann man so einen Glasfaserpinsel benutzen, um dann die Stellen einfach sauber zu reiben. Und zu guter Letzt beim Entlöten ist natürlich das Werkzeug wichtig, was man noch hat. Zusätzlich eine Flachzange, Seitenschneider, Pinzette und so Feinmechaniker, Schraubendreher, besonders diese Schlitzschraubendreher. Weitere Werkzeuge, die auch sehr, sehr hilfreich sein können, ist zum Beispiel diese dritte Hand hier mit den Kroko-Klemmen, wo ihr die Sachen oder Platinen eben einzwicken könnt. Oder kombiniert mit einer Lupe, falls ihr eben SMD-Sachen habt oder einfach kleine Bauteile. Und natürlich zum Kontrollieren aller Verbindungen oder Bauteile, so ein Multimeter. So, zu guter Letzt habe ich hier noch ein paar Sachen, eben je nach Anwendungsbereich, die ihr benötigen könnt. Zum Beispiel Schrumpfschlauch mit einem Feuerzeug, falls ihr mit Drähten arbeitet. Und dann auch je nach Stromstärke natürlich verschiedene Drähte mit mehradrigen Kernen oder einadriger Drähte. Natürlich ein wenig dickere Drähte für höhere Ströme. Ja, so eine Übungsplatine, Übungs-Europlatine, ja, so Sockelleisten. Und natürlich Bauelemente, die ihr natürlich ersetzen könnt, falls ihr ein defektes Bauteil ersetzen wollt oder ihr eines unabsichtlich verschießt. So, und zwar habe ich das ganze Thema in zwei Bereiche aufgespalten. Einmal das Verlöten von ganz normalen Drähten in der Luft zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Kabelbuch habt und ihr wollt die Buchstelle erneuern. Und zum anderen das Löten und Entlöten auf Platinen, wie zum Beispiel dieser hier. So, als erstes muss natürlich der Kolben auf Temperatur kommen. Da stelle ich eine Temperatur von ungefähr 300 bis 350 Grad ein, je nachdem was ihr lötet und wie temperaturempfindlich natürlich die Bauteile sind. Der Schwamm sollte leicht feucht sein, damit ihr eure Spitze nach jedem Lötvorgang abschreifen könnt. Und den Lötrad abschneiden und nicht abreißen, damit das Flussmittel gleichmäßig verteilt bleibt. Wenn die Spitze auf Temperatur ist, empfehle ich euch vor dem ersten Lötvorgang die Spitze zu verzinnen, also etwas Lötzinn drauf zu geben und das restliche Zinn mit dem Schwamm abzutragen und danach ist die Spitze frisch verzinnt. Als erstes Beispiel werde ich jetzt einfach zwei Stück Draht von diesem mehradrigen Kabel nehmen. Schneid mir einfach da was runter. Als erstes muss man natürlich an den Enden die Isolierung abnehmen, da könnt ihr entweder den Seitenschneider selbst nehmen und dann zwickt ihr euch vorsichtig die Isolierung leicht an, ohne dabei die Adern zu durchtrennen, dreht das Ganze während ihr immer wieder ein bisschen zwickt und könnt danach die Isolierung runterziehen. Runterziehen, so und ihr habt den blanken Draht. Eine andere Möglichkeit ist es natürlich eine abisolierte Zange zu haben. Wenn man diese nicht hat, kann man jetzt sich so ein Teppichmesser nehmen, hier unten natürlich auf einer schnittfesten Fläche und Vorsicht auf die Finger, auf der Oberfläche rollen und dabei schneiden und danach die Isolierung runterziehen. Hier seht ihr schön die einzelnen Litzen des Drahts. Ich verzwirbel diese schon im Vorhinein. Natürlich kann man auch die zwei verschiedenen Enden nehmen, diese zusammenzwirbeln. Ja, ist manchmal Geschmackssache, ich mache das gern so. Und verzwirbel zuerst eben die zwei Enden, die ich zusammenlöten will. Und als nächsten Schritt verzinne ich beide Enden zuerst, lege sie übereinander, nebeneinander und verschmelze dann das Ganze und löte diese dann so zusammen. Um den Draht jetzt zu verzinnen, haltet ihr den Kolben gegen die Stelle und führt dann das Zinn möglichst nicht nur auf die Spitze, sondern eigentlich generell eben auf das Kabel selber. Wenn dann die erwärmte Stelle heiß genug ist, um das Zinn anzunehmen, geht ihr mal mit dem Draht da drauf oder ein wenig auf die Spitze, dass ein bisschen Flussmittel in das Ganze kommt. Und jetzt sieht man schön, das Zinn zieht sich richtig zwischen die Adern rein und verteilt sich richtig schön. Jetzt habe ich beide verzinnten Drähte nebeneinander gelegt und kann jetzt mit dem Lötkolben draufgehen. Das Ganze ein wenig erhitzen und mit dem Lötzinn das Ganze füttern. Und jetzt sollte das Ganze auch verbunden sein. So, hier habt ihr jetzt die zwei Drähte, die miteinander verlötet sind und ihr seht, dass die auch mechanisch richtig belastbar sind. Und um das Ganze kurzschlusssicher zu machen, gebt ihr euch natürlich vor dem Verlöten der zwei Enden einen Schrumpfschlauch drüber, der gerade rüberpasst. Nehmt euch entweder eine Heißluftpistole oder ein Feuerzeug und geht damit vorsichtig um den Schrumpfschlauch rundherum. Dreht das wie auf einer Rotisserie. Und wenn das Ganze abgekühlt ist, ist das Ganze auch fest und geschützt. Jetzt mal ein Beispiel, wie es nicht geht. Und zwar habe ich hier ganz schleißig die zwei Enden miteinander verzwirbelt. Habe jetzt den Lötkolben auf eine kältere Temperatur gestellt. Gebe jetzt den Batzen ziehen einfach so auf die Spitze. Lass das Flussmittel ein wenig verkochen. Und gehe dann nachher einfach auf die kalte Stelle, werfe den Batzen da drauf. Und wenn man jetzt sagt, ja das passt, und sich das mal genauer anschaut, sieht man, dass sich da gar keine Legierung hat bilden können. Und wenn ich das jetzt einfach nur auseinanderziehe, sieht man, dass da auch keine zuverlässige Verbindung da ist. Um zum zweiten Teil des Videos zu gelangen, klickt einfach ins Bild oder auf den Link in der Beschreibung, wo ich zeige, wie man Platinen lötet, entlötet und Schäden fliegt. Jetzt kommen wir jetzt ein paar Mal!